Beton ist ein ungewöhnliches Material. Seine Struktur erlaubt es einfache, aber auch eindrucksvolle und imposante Dinge zu schaffen. Die Idee einer neuen Einsatzmöglichkeit ist die Wurzel der PV-Gruppe. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Beton- und Stahlbetonelementen für unter- und oberirdische Infrastrukturen. Heute besteht die PV-Gruppe aus zwölf Produktionsstätten in Deutschland, Polen und Ungarn. Wir setzten alles daran, ein perfekt gestaltetes Produkt zu schaffen und weiterzuentwickeln. Ein Produkt, das vollständig die Bedürfnisse unserer Kunden und des europäischen Markts erfüllt. Es begann mit dem Gedanken an Stein und Räder. Die Form, die unsere Vorfahren zur Schaffung von Bauwerken inspirierte, die wir bis heute bewundern. Seit fast 2000 Jahren bestaunen wir die aus Beton gefertigte Kuppel des römischen Pantheons. Während der Arbeit an der Verbesserung und Erweiterung unserer Produkte stellten wir zum Beispiel fest, dass Rohre mit eiförmigem Querschnitt viel höhere Belastungen aushalten und gleichzeitig hervorragende hydraulische Bedingungen gewährleisten. Das Ergebnis ist das PV-Ei-Profil. Unsere Produkte sind mit natürlicher Gesteinskörnung hergestellt, die im Einklang mit der Natur gewonnen wurde. Die Bestandteile von Beton stammen direkt oder indirekt aus der natürlichen Umwelt und sind für sie nicht belastend. Wir entwickeln ständig die Herstellungstechnologie von Beton, implementieren neue Rezepturen, an deren Verbesserung wir laufend arbeiten. Wir setzen neue Verfahren zur Formung von Beton ein. Dadurch erhielten wir ein noch besseres, wasserdichteres und funktionelleres Material. Wir sind Vorreiter in der Herstellung von dünnwandigen Elementen aus Hochleistungsbetonen, Hype-Pipe-Rohre für Mikrotunneling und den offenen Rohrleitungsbau. Wir achten auf die Qualität unserer Produkte und wissen, dass Qualität kein Zufall sein darf. Um ihre konstant hohe Qualität zu halten, unterziehen wir die Produkte ständigen Haltbarkeitstests und Dichtheitsprüfungen. Jede unserer Produktionsstätten ist ein innovatives Unternehmen. Die Summe der Teile ergibt eine bodenständige, aber zukunftsorientierte PV-Gruppe. Wir setzen auf Menschen, auf qualifiziertes Personal. Fachleute, die für sie planen, beraten und produzieren. Unsere Produkte sind individuell und funktionell, weil wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Wir reagieren schnell und effektiv und möchten uns so das volle Vertrauen von Investoren, Planern und Ausführern bewahren. Wir bieten eine Vielfalt von Produkten, ausgehend von Rohren, Schächten, Fassadenplatten und Bahnsteigelementen bis hin zu Spezial- und Sonderbauteilen. Die Weiterentwicklung unserer Kompetenzen, beziehungsweise die unserer Mitarbeiter, ist zentrale Voraussetzung für zukunftssicherende Innovationen und damit auch für die Umsetzung unseres Leitsproches Creative Thinking, Making Concrete.